Hallo, hier sind Steffi und Björn. Wir haben uns für die Vorbereitung dieses Seminars viele Gedanken gemacht. Dabei haben wir festgestellt, dass wir alle ja bereits nicht nur Hauptdarsteller in unserem Leben sind, sondern auch Regisseur und Autor unseres Lebens. Meist jedoch unbewusst. Wir gestalten damit unser Leben bereits erfolgreich selbst. Doch was, wenn wir unser Drehbuch und Regieanweisungen unbewusst die falsche Richtung gegeben haben? Es gibt einen Punkt in unserem Leben, an dem wir ehrlich in den Spiegel blicken und erkennen dürfen, dass wir bereits ein Leben reich an Folgen leben. Dass jeder Zustand, in dem wir uns befinden, egal ob positiv oder unglücklich, der Erfolg unseres eigenen Drehbuchs ist. Denn jeder Zustand, in dem wir uns befinden, egal ob zufriedenstellend oder unglücklich, hat eine Ursache. Der Unterschied zwischen positiven Erfolgen und negativen Erfolgen ist, dass positiv erfolgreiche Menschen tun, was nötig ist, um ihre gewünschten Resultate zu erzielen. Sie stellen alle Weichen in die Zielrichtung und räumen Behinderung selbstbewusst aus dem Weg. Menschen, die ihre Realität negativ wahrnehmen, finden vor allem Gründe dafür, warum die Umstände das positive Ergebnis verhindert haben. Jeder Mensch hat die Macht, die Rolle, die er in seinem Leben spielt, selbst zu formen und zu beeinflussen. Es liegt in unserer Hand, ob wir die Hauptrolle eines Dramas, einer Actionkomödie oder einer Glücksgeschichte spielen. Und ja, die Sache hat einen Haken. Um die Wendung in deinem Film und deiner Rolle herbeiführen zu können, müssen die aktuellen Lebensbereiche gründlich unter die Lupe genommen werden, Störungen neutralisiert und Entscheidungen getroffen werden. Ein neues Drehbuch ausgearbeitet und die physische, geistige und mentale Kraft geschöpft werden, um diese Wandlung zu vollziehen. Wir laden dich herzlich dazu ein, diesen wunderbaren Wandlungsprozess, in dem du die Möglichkeit hast, den Film deines Lebens neu zu gestalten, mit uns gemeinsam in dem neuntägigen Intensivseminar auf der wunderschönen Sonneninsel Mallorca zu vollziehen. Fernab der alltäglichen Anforderungen und gewohnten Energien wird ein objektiver Blickwinkel möglich. Heilungsprozesse können stattfinden, die eigene Kraft gesteigert. Werde jetzt zum bewussten Regisseur und Autor deines Lebens. Wir Trainer begleiten dich auf diesem Weg und führen dich Schritt für Schritt durch deine Entwicklung. Wir freuen uns auf dich! Geräusche